Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 Online auf Motorrädern mit Easy und mit Marcel. Da stand Jumps! Jumps! Jumps immer! Jumps immer! Ne, da stand nicht Jumps, da stand Salto oder so ähnlich. Ja, da unten stand grad Jumps. Hoi! Ich bin auch da! Oh, Gala! Mit leichter Geschwindigkeit tot. Ja, was soll ich sagen, hä? Nein, ich bin auf dem falschen Dach gelandet! Was?! Jumps, ich mache Mauer! What the fuck?! Maaan, schlau ich sogar da schon. Ja, das ist peinlich. Nein, das ist uncool. Was passiert eigentlich, wenn ich dagegen fahr? Ja, genau. Du kriegst um und ich geh in Führung. Genau. In der Reihenfolge. Mach mal die Scheiße! Ja, Mann! Oh, ich hab Menschen überfahren. Ja, und ich bin am Strommasten hängen geblieben. Komm wieder! Unsichtbare Mauer! Also jetzt müsste GTA mal fixen, wieder unsichtbare Mauer. Geht gar nicht. Also wir haben keine, du. Ich hab auch kein Problem damit. Ja, ich hatte jetzt zweimal an der gleichen Schanze. Das hängt dir. GTA hasst dich. Wieso zweimal an der gleichen Schanze? Fährst du zweimal die gleiche Stelle oder fährst du nicht rückwärts wieder? Ich bin gestorben. Weil ich unsichtbare Mauer. Halt doch mal an! Checkt vorhin, den ich bekommen hab. Fuck! Ich muss nicht lang, oder? Mega Mal! Nein! Fuck! Wo willst du denn hier lang? Ach, da. Ich sterb, weil ich nur anstreife schon. Boah, ich hab grad so meine Beine breit. Mega Mal! Nein! Au! Au! Das war ein großes Mal! Hä? War mega! Das Mal! Er ist geschafft! Und gestorben! Yes! Das wird wieder nix! Oho! Mit dem Kopf durch die Wand! Ich hab hier noch nie Einkaufswegen gesehen! Oho! Wieder unsichtbare Mauer! Ey, ohne Witz! Versuch's vorderrad zu geben, dann ist es nicht so oft. Hab ich gemacht? Oh, okay. Da bist du ein Opfer! Ist das Witzige dran? Ja, jetzt irgendwie scheint's nicht... Ja, komm, leck mich doch am Arsch! Dreckspiel, hey! Ohne Witz! Kann man, geht ja so ein Sch... Sag's lieber nicht! Hahaha! So ein nettes Spiel entwickeln! Genau! Ohne Bugs! Ohne Trainer! Ich komm' nicht hoch, Kaisers! Du musst versuchen, die Flugrichtung zu... Genau! Dreckschild! Oh! Du musst versuchen, die Rampe irgendwie besser zu treffen, dass du hochkommst und ein bisschen drehst den Flug. Mann, hey! Ähm... Wo ist... Wo ist Mané? Jetzt weiß ich, was du mit... Hallo, ich will hier nur durchfahren! Mann! Das ist so ein hässliches Schild die ganze Zeit im Weg! Geht's noch? Der Schild, Mann! Der Schild geht auf den Sack! Der Schild... Der Schild... Der Schild... Super, Dalle! Geld von mir! Wow! Rage-Modus! Ja, ich bin auch gleich dabei! Unfassbar! Dann entsteht das Schild wirklich so hässlich da?! Ich helf euch mal! Wow! Glaub's nicht! Nö, wie lang nicht! Langsames Motorrad! Die gleiche wieder... Wieder... Ähm... Dann musst du es schaffen! Oh Scheiße! Und du hast auch die Party genommen, oder? Ja! Ne, muss ich aber denken, Marcel cheatet! Der Unterschied! Du musst versuchen, im Flug ein bisschen nach links zu lenken! Und Vorderrad natürlich nach oben! Ja, schon klar! Oh! 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 Haarscharf! Oh! Oh, Mast! Oh Gott! Ich mach mal Mast! Kommt das scheiße aus! Du, 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 du! Oh, oh! Iiiiih! Mann! Voll konzentriert, alle! Ja, voll! Hä? Ah! Ne, keine Chance! Mir fehlen gut zwei Höhenmeter! Okay, ich habe einen unnachbaren Sprung! Hä, du bist denn der mit? Hä? 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 Du bist in eine andere Runde! Ne, irgendwie, keine Ahnung! Hä? Wie? Hä? Oh, fuck, 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 fuck! Hä? 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 Du bist genau da, wo ich? Hä? Hä? Warum lenkt der nicht? Der hat dich nicht gelenkt! Gar nichts! Ah, jetzt Lenkstoff haben wir wieder! Danke! Dankespiel! Dieses Drecks-Hure-Schild! Ich muss allein jumpen! Da! Oh, das war voll daneben! Du musst versuchen, einen extremen... Achso, du, du, du hast den Jump schon raus, okay! Ja, und es ist selbst Woppy gelangt! Der dauert es 10 Minuten, bis der Ladebildschir, wenn ich weg ist! Oh, der Sprung ist einfach assi! Der ist wirklich krass! Yes, 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 geschafft! Ja, genau! Ja, genau, lenkt bloß nicht! Ja! Ja! Das ist, das ist schön! Pfff! Der Bronco kämpft immer noch mit der Schanze! Törlich! Törlich, törlich! Ah, du holst mich hier auch noch einen bei der Schanze! Ah, ja! Ich hoffe nicht mal gerade hoch weiter zu fahren! Ja, das klappt nicht! Fail? Oh, ne, Witz! Klappt nicht! Das ist doch scheiße! Das sind die Verarschen! Das Spiel verarscht ein! Genau! Und täglich größer als Murmeltier! Und täglich größer als Murmeltier! Genau! Und täglich größer als Murmeltier! Ja! Wenigstens nicht bei mir nur! Nein, das reicht nicht! Verdammt! Nein! Nein! Ja, lenkt bloß nicht! Ich weiß gar nicht verkehrt, bitte! Ich weiß gar nicht verkehrt, bitte! Was ist das? Kann ich nicht sagen! Ich fand Motorrad in ätherenischen Farben! Vielleicht wäre ich's daran! So weit! Wie kommt man da so weit hin? Wie geht doch gar nicht so weit! Wie kann man so weit springen? Was ist das? Das ist Staub! Man kann doch gar nicht so weit springen mit dem Motorrad! Sind das in der Verarsche! Doch, ich hab's geschafft! Du hast ja schon gut tuned das Motorrad! Nee, nee, hatte ich nicht! Du musst versuchen überhaupt erst mal auf die Rampe zu kommen! Ja! Und dann versuchen mit dem Hinterreifen auf den Container aufzuditchen dass der weiter fliegt! Was?! Und du musst dich links halten! Ja! Ja! Dein Ernst? Du kriegst nicht mal die Rampe? Jetzt bin ich auf dem Dach! Aber ich bin tot! Ich hab's nicht so einfach mit dem Joystick wie hier! Die Rampe kommen! Das schaffst du! Nein! Ich lass dir mit Zeit! Hab aufgeditscht! Ja, aber wie! Bronco, komm ich jetzt mal! Nein! Ich mal hier die Perfect Motor, wie das Ding heißt! Das blaue Hausgeld kriegt immer mehr rote Streifen! Cool! Geht gut! Cool! Genau! Ja! So macht man das! Hast du's geschafft? Nein! Nee, nicht du! Nein! Oh ne! Achso, du warst schon richtig! Bloß musst du gucken, dass du ins Checkpoint stirbst! Ich bin da nicht gestorben! Ich bin da nicht gestorben! Ich bin durchgeflogen! Hab's überlebt! Dieses Drecks-Hure-Schild! Oh! Oh! Und 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 und! Nein! Oh nein! Hä? Und bist du im U-Bahn-Tunnel? So halt! Das kann! Weil ich oben nirgends weiterkomme, weil er oben alles zugebaut hat! Aua! Gut, ich sterbe auch hier unten! Kann man mal machen! Muss man nicht? Kann man! Kann man mal machen! Ich glaub, dieses Ründchen wird ein wenig länger gehen! Das ist mir bei uns fast gewohnt! Komm! Ja! 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 Nein! Nein! Du! Nein! Nein! Ich weiß, warum mein Motorrad so heißt! Super! Jetzt bin ich hinter der Rampe gelandet! Halt! Moment! 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 Du stehst mir nämlich hier im Weg. Du sollst umfliegen, du blöde Kuh. Toll. Hitt dich, das spiel verarscht dich doch. Ach, leg mich an den Arsch. Nein, das schafft ja. Mit dir. Oh, 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 nein, zu weit rechts. Ja, Selbstmord, zehn Minuten später ist der Laderscreen weg, na? Kannst du mal jemand von euch schaffen? Nö, wir lassen uns Zeit, hallo? Ich weiß, wir sind nicht so... Ich hab's geahnt, du blödes Wichs-Sure-Schild. Das Schild hab ich vorher die ganze Zeit gestoppt. Das ist total heftig. Ich bin wenigstens weg, hab ich jetzt umgefahren. Das Schild ist immer wieder da. Nein, äh, nicht wenn ich sterb, also nicht wenn ich nicht sterb. Also hoff ich. Wenn's Schild da ist, versuch dann, äh, links davon vorbeizufahren. Dann kriegst du die Rampe gut. Ja, schön, du musst es erstmal schaffen. Ja, das ist das andere. Was? ich schlech' noch nicht, würd ich dich wieder sagen. Für den FSK16 darf das nicht so häufig sagen. Hä? Das ist doch FSK18. Eigentlich schon. Ich hab so Schlimme bewertet, dass ich schon bei FIFA vorbei war. Leck mich doch am Sack, ey. Warum? Ich seh nix. Nein! Nein! Vor der letzten Grund hier bin ich gestorben. Dein Ernst? Ja! Ja, ja, ja. What's going on? What's going on? What's going on? Das war nix. Wer braucht denn sowas? Ja, ein Spanier. Ja, auch nichts tun, oder? Hätte ich jetzt gesagt, dass ein Griecher, dann hätte er genug zugehört. Dass er auch Geld zu verdienen. Genau, er hat probiert mit sowas Geld zu verdienen. Drei deutsche YouTuber, einer davon auf dem italienischen Motorrad auf einer spanischen Strecke. Das kann nix werden. Und das in einem amerikanischen Spiel. Das kann nix werden. Mit doch nix, oder? Nein. Ja, kniet dich mal hin. Du bist tot. Und wenn du das weitermachst, kriegst du mich schon noch. Ja klar. Das reicht nicht. Du kriegst mich noch, warte. Aber glaub mir, das Schlimmste kommt noch. Darum springt meiner eigentlich mittlerweile vor der Rampe. Macht doch gar nix. Warum streichen du so? Voll dran vorbei, voll dran vorbei. Jawoll! Hat's geschafft, ja! Und ich bin oben tot. Aber immerhin oben. Aber er hat's geschafft. Respekt, Respekt, gut. Irgendwie ist einer, dass ich ihn alles schaffen kann. So, wo gehst du denn hier lang? Na rechts. Oh Mann. Den Checkpoint sollte ich vielleicht mitnehmen. Kommen. Hörst du weiter. Dann holen wir am Ende. Schild. Schild, Container. Links. Ah! Easy! Damit er mir entgegenkommt. Wieso hab ich da Angst? Weiß ich nicht. Die Angst ist berechtigt. Nein, das war zu wenig Geschwindigkeit. Ah! Das ist so ein Fahrzeug. Wie zum, hä? Ja, wie zum Westen, was zum Haar. Wir müssen über das Gebäude fliegen. Fliegen. Oder aufs Gebäude drauf. Ist auch okay. Der Weg ist das Ziel. Ah, selbstmord! Da sind alle Suizid-gefährdet. Unpassbar. Oh, komm! Komm ich jetzt mal, lass ich fertig machen. Ja, hätte meiner sagen können, dass die Kurve hier so scheiße eng ist. Die Kurve ist scheiße eng. Die Kurve ist scheiße eng. Hast du schon gehört? In der Zeitung steht, die Kurve ist scheiße eng. Der glaub ich eh nicht. Jaaaa! Hahaha. Das fieses Gebäude vor mir. Äh, Mist. Wo? Wie? Ne? Wie? Boah, genau! Boah, was für ein Unfall. Er schafft's jetzt, oder? Nein! Nein! Kannst du mal jemanden schaffen? Muss ich auf dem Container landen, oder auf dem Haus? Du musst mit deinem Hinterrad auf dem oberen Container landen, und dann auf dem Haus. Ja. Oh ja. Ja, genau! So hab ich auch geguckt. Du musst bloß mit dem Nippel durch die Lasche. Genau! Du musst nur den Nagel im Heuhaus finden. Das ist das Haus, das ist nicht so gut. Aua! Aber das sind wir in der Folge schon gewohnt, also von daher. Tod? Sterben? Hol dir Windschatten, dann bist du schneller. Oh Gott. Hol dir Windschatten! Hat das, hat das, hat das, hat das! Schade! Hab ich gedacht, ihr habt ihr schon Windschatten gegeben, und dann schafft das nicht mal. Lol, wie er einfach Leute überfährt! Knallhart! Oh, zu schnell! Das war zu schnell! Oh! So, nun? Musch durchfliegen! Ich bin oben auf dem Container gelandet. Ja, du musst ja weiterfliegen noch. Und nicht oben stehen bleiben. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo es Ziel ist. Jetzt kann ich ihn etwa anvisieren. Lol! Ja, 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 da ist Ziel! Nein, nein. Also mein, mein Leiche schon, aber ich nicht. Autsch! Mach fertig, komm! Bitte! Mach fertig! Ist jetzt hier schon 10 Minuten? Ich hab nichts zu tun! Ja, Pech! Weil man halt so voreilig ist! Oh Gott, lass uns Zeit! Komm! Ja, würd ich auch sagen! Hehehe! Oh man! Selber schuld, wenn man sich Rennen aussucht! Jetzt bin ich's wieder! Machst du jetzt mein, mein Pausebildschirm auf? Das ist auch cool Wieso? Ah ja Zeit 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 zu Schin Bronco schafft es Er schafft es Er schafft es Gott sei Dank Da ist das Ding Gott sei Dank Oh noch 20 Minuten werden wir erlösen Meine Fresse ey Du warst unsere letzte Hoffnung Geht mit der Sanchez nicht so Die Sanchez zu langsam Hat geschafft Lol Jetzt hat es nicht so geschafft Mann hey Ich war noch 5 Minuten fertig Mann 6 Minuten Jetzt back sterbe ein Eis Ja Okay ich bin weg Genau damit müssen wir die Folge jetzt beenden Bis zum nächsten Mal denn Marcel muss ich ein Eis backen Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020